So, willkommen zurück, Heldenliga-Tarret, verfluchtes Tal, Twinkletu will komisch spielen, dann soll ihr das tun, was spiele ich denn schönes? Ich glaube, ich spiele Asmodan. Okay, he's out. Ich kann nur Mura als Tank spielen. Okay, wenn er Muradin nicht spielen darf, dann soll es ein anderer nehmen oder jemand anderer Tank spielen. Er kann nur Muradin spielen. Asmodan. Oh, fuck. Maybe I'll go weiter. Komm. Maybe. Okay. 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 Let's read a font-liner. Ah, wo is this? Arsenal is back. Dick. Dieses Reich braucht mich. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Ich habe das Ding. Ich habe das Ding. Ich habe das Ding. Wir brauchen das Ding. Ich habe die Kante. immerhin, vertrauen sie mir, just don't go to dive yes gonna be interesting der Butcher, da soll der Butcher nur kommen der ist mit ziemlich Jacke wie Hose der wird aber glaube ich eher dem Butcher gepickt ja gut für Falzert, für Kuromi, für Hammer ja der Butcher ist immer gut aber er braucht Farmen sie müssen mal schauen, dass er den Butcher auf jeden Fall töten wenn man die Chance dazu haben ja mal gucken wie es mit Hammer wird ich habe Hammer auf der Map noch nicht gespielt auf Curst Hollow also wenn, dann ist es schon Jahrtausende her aber ich mag Hammer inzwischen sehr sehr gerne gerade die dem Mobility-Bild so eher rumfahren nicht so sehr oft siegen sondern immer schauen, dass man da tatsächlich mobil bleibt gegen Asmutter muss ich mobil bleiben gegen Liming muss ich mobil bleiben ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten so oft zu siegen in den Teamfights muss immer versuchen mobil zu bleiben und so den Damage irgendwie durchzudrücken na gut, schauen wir mal so los geht's ich bin gespannt wie es läuft ich werde glaube ich wieder auf Regenerationsmeister spielen um ein bisschen safer spielen zu können später Butcher-Vivivile-Problem in der Sandstelle in der Hand haben wir das 3 DPS Stürzt euch in die Schlacht na kann ich versuchen ich gehe meinen ohren lassen knaller rock and roll ha 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 oh yeah Ich mach das schon. Lassen wir es krachen. Da meldet sich wieder mal am PC, dass einige Programme im Hintergrund meinen PC verlangt haben. Ja, leck mich fett. Oh, oh, für den hinkommen. Ah, fuck. Oh, Musik in meinen Ohren. Ich lasse es qualmen. Helden, sind mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Eieieiei. Immer feste Erlaufen. Gut gekämpft. Ich mach das so. Gut gekämpft. Ha, das mach ich am liebsten. Also schon mal gut, dass wir uns hier... ...eine Reaktion verteilt. Immer feste Erlaufen. Gut gekämpft. Volle Kanne. Ich hab auch schon gesehen, dass sie da hochkommen. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt. Okay, wieder selbe Stelle, nur versetzt. ...eineinander, haltet ihn auf! Ist mir ein Vergnügen, Sir. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Im Visier! Ausgezeichnete Arbeit! Immer feste Erlaufen! Okay, ich geh mal mit da. Rollen wir los! Wir dürfen dieses Vor nicht verlieren. Mal hier die Ball ausmachen. ...und er will meine Gunst. Ist mir ein Vergnügen, Sir. ...und er will meine Gunst. Ist mir ein Vergnügen, Sir. ...und er will meine Gunst. Ich lass es glauben. ... ... ... ... ... Auch! ... 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